18.12. Razzia bei Bonner YouTuber. Die Polizei war um 8.30 Uhr im Bonn beim Berkner-von-Sutterplatz mit der Hausdurchsuchung beschäftigt, weil ein YouTuber gegen das Telekommunikationsgesetz verstoßen haben soll. Gleichzeitig soll er Funk illegal abgehört haben. Was ich überhaupt nicht verstehen kann, warum man sowas machen muss. Wie sagte der Monty Breitenbach? Profi Kaffa. Naja, was will man machen? Gleichzeitig hat er auch Opfer und Leichen zur Schau gestellt, verstößt somit gegen das Persönlichkeitsgesetz und Opferschutz. Gegen Urheberrechtsverstöße soll er verstoßen haben. Dies habe ich alles aus Medienberichten und ich verstehe nicht, wie man das einfach so machen kann. Der Herr Newstime, der YouTuber, grüß dich, hallo, hat Werbung für seinen Kanal gemacht. Bestimmt nicht extra, da hat er sich wahrscheinlich nichts gedacht. Ich hätte es nicht gemacht, weil die Aktion noch belohnen. Wie gesagt, die Polizei hat den Laptop, Notebook, Dokumente beschlagnahmt. Der gewisse YouTuber, der möchte sich nicht zu dem Tatverwurf äußern. Die Polizei und Staatsanwaltschaft schweigt momentan auch. Wo wir mit Sicherheit mehr Infos gebrauchen können, aber okay, sie recherchieren ja noch. Sie kontrollieren jetzt erstmal das ganze Material und sichten da die Videos. Was ich lächerlich finde, ist, da schrieb ein anderer unter einem seiner Kommentare, hast du denn exklusiv deine Razzia gefilmt? Und dann hat er geschrieben, nee, leider nicht, er dürfte ja nicht. Wie gesagt, wie krank muss man sein, dass man seine eigene Razzia filmen will? Ich würde erst kleine Brötchen backen und dann schauen, was man machen kann. Wie gesagt, Leute, ich halte euch auf dem Laufenden. Ciao. Ich halte euch auf dem Laufenden.